...streik und eröffnet damit die Veranstaltung. Aber warum genau sind wir eigentlich heute hier? Krieg, Inflation, Energiepreise, haben wir nicht schon genug Probleme? Und dann auch noch Klima? Ich kann euch sagen, das hängt alles zusammen. Viele dieser Probleme entstehen durch die Politik des globalen Nordens. Unser Streik steht nicht umsonst wieder unter dem Motto People not profit, also Mensch statt Profit. Das bedeutet ganz konkret, dass wir Abstand von der fossilen Politik, der Ampel und von der globalen Ungerechtigkeit der Klimakrise nehmen. Aber haltet auch bitte etwas Abstand voneinander, denn Corona ist immer noch nicht vorbei. Ihr seht schon, wir haben nicht nur eine Krise zurzeit. Umso wichtiger ist es, dass wir heute hier sind und dass wir heute laut sind.